So Freunde, weiter geht's hier mit Moonen. Wir sind in der... wo sind wir? Bei Helsingr oder so? In der Unterwelt war das, glaube ich. Das müsste, glaube ich, der zweite Level gewesen sein. Ach ja, wir versuchen wieder alle Federn zu bekommen. Das sieht diesmal sehr merkwürdig aus hier. Zwei Federn nur. Das ist zu einfach. Da ist dieser Energieknoten, dieser Seelenknoten. Den muss ich wahrscheinlich verschieben. Und zwar so. Zack. Ups. Ah, alles klar. Okay, das war's also nicht. Können wir... aha, guck mal hier, den können wir verbinden. Da siehst du schon, ist ja im Nächsten drin. Da muss er auch irgendwie rein. Das scheint ein Fahrstuhl oder sowas zu sein. Die Feder holen wir uns erstmal zuerst. Zack, da haben wir sie schon. Und jetzt müssen wir mal gucken. Oh, warte, ich muss den, glaube ich, so wieder drehen, dass er... Der muss wieder da rüber. Ja, genau so. Ähm, 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 ähm. Das ist ja tricky. Ich wusste, das hat einen Argen. Sonst passt hier keiner. Nee, muss der sein. Hä? Warte mal, vielleicht können wir? Nee. Doch, so, guck mal. Na, jetzt. Schwung, da rüber, zack. Okay. Nein, nein, stopp, stopp. Ich muss das erstmal testen, ja. So. Das nützt nix. Weil ich muss da unten rein. Ach, guck mal. Yeah. Schon mal nicht schlecht. Jo, geschafft. Ähm. Achso, jetzt muss ich hier wahrscheinlich rein. Ah ja, gucke mal. Attacke. Und die nächste. Jibbi. Schon den ersten Level geschafft. Zweieinhalb Minuten. Ah. Das kann jetzt nur noch schwerer werden. Ach, du Kacke. Ach, du Scheiße. Zwei, vier, ach du Gott, du Gott, du Gott. Der hab ich jetzt schon verloren. Wo ich grad nicht weitermache. So, können wir hier einfach reinlatschen? So, ja, zack. Das ist also die erste. Oha. Hm. Na gut, dann wollen wir ein bisschen was aktivieren. Mhm, 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 mhm. Das sieht doch schon mal gut aus. Dann können wir uns die da oben holen. Zack. Nummer zwei. Na los, komm hoch da. So, dann drehen wir das nochmal. Mal sehen, was dann passiert. Ach, hey. Aha. Da muss ich aber aufpassen, weil wenn ich jetzt hier runterdüse... Guck mal. Ach, Gott, oh Gott. Nee, warte mal, das machen wir mal anders. Nee, 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 nicht so, nicht so. Ich will erst die da unten haben. Die scheint mir nämlich ein bisschen schwieriger zu sein. Weil ich hier das richtige Timing abwarten muss. Ja. Uhaha. Das war schon mal ganz knapp. So, zack, jetzt sind wir da drüben. Ich sag nichts. So viel zum Thema Timing. Hab ich da jemanden lachen hören? Hab ich da jemanden lachen hören? Hab ich da jemanden lachen hören? Ha, 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 ha. Wurde doch jemand gelacht. So, zack, jetzt holen. Bitte was? Hä? Was war denn da nicht in Ordnung? Das hat doch vorhin geklappt. Ich muss mal auf das Test mal nochmal. Guck mal, da lacht jemand im Hintergrund. Oh, 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 oh. Guck mal, jetzt fahre ich hoch. Klappt doch. Verstehe ich nicht. Wo gehen das denn? Eben nicht. So. Plong. So, jetzt könnte ich mir die alle holen hier. Boah, ich fahre bis nach ganz oben. Das ist ja gemein, ey. Das geht ja gar nicht. Bei mir musst du da echt das Timing haben. Oh, das ist ja echt gemein. Was passiert, wenn ich das weiterdrehe? Hm, ist nur da einer ausgegangen. Ne, der da oben auch. Ah, okay. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, das mal dann anzuhalten. Boah, das ist ja echt komplexer, als ich dachte. Hoffentlich kann ich mir das merken. So, jetzt müssen wir mal weitermachen. Da lacht die ganze Zeit jemand. Boah, ho, 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 ho. So, ich glaube, ich gehe doch erstmal nach rechts. Das ist sowieso sowieso wurscht. Das wurscht. Oh. Jetzt ist nur die Frage. Bin dann schon weit oben. Jo, 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 jo. Alles klar. Boah. So, jetzt kann ich eigentlich nur noch hier drüben fählen. Ist ja klar. Wie sonst. So, jetzt fährt nur noch die. Schnell, schnell. Boah. So. Ähm. Ne, aufpassen. Aufpassen. So. Jetzt müssen wir irgendwie... Warte mal, wenn ich da hoch muss, muss ich... Ne, stimmt ja gar nicht. Stimmt ja gar nicht. Pass mal, wir lassen das mal hier. Alles klar. Ähm. Was? Ach so. Ah. Okay. Wie, wie. Das nützt mir gar nichts. Ist eigentlich auch... Na, obwohl... Warte mal, ich lasse die mal hochfahren. Ne, das... Äh. Äh. Ja. Ja, komm. Komm, alter Drache. Äh, Vogel. Yippie. Ja, das hat ja gut geklappt. War ein cooler Level, muss man schon sagen. So. Hm. Ne, danke. Ach so. Ich muss jetzt mal gucken, wie die sich hier alle wieder drehen. Und was hier so aktiviert wird. Kann ich da durchlaufen? Ja, ne? Dann würde ich schon mal da hinkommen. Oh, 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 oh. Okay, das ist der. Der fährt nur bis zur Mitte. Das ist ja ein Ding. So. Der fährt auch nur bis zur Mitte. Das habe ich vorher gar nicht so beachtet. Ne, 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 ne. Ha, 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 ha. Hä? Okay, lass ihn mal wieder runterfahren. Äh. Ja, hm. Nein. Ach so. Der kommt ja nicht bis nach unten. Alles klar. Ah, ich muss ja echt aufpassen hier. Warte mal, was ist das, wenn ich den drehe? Ach so, guck mal, das ist ja auch noch. Ach, du Gott, du Gott, du Gott, du Gott. Ach, guck mal, wenn ich das so drehe, würde ich da oben hinkommen. Hm. Hm. Wo ist mal das, ne? Wobei, der fährt ja nicht bis nach ganz unten. Aber der, der kann mich aufnehmen. Vielleicht beim nächsten Mal. So. Okay, das war nix. Aktiviere. So, okay. Oh, warte, ich muss auf... Ne, ne, ich muss auf dem bleiben. Weil der fährt nämlich garantiert nicht nach oben. Oh, das war knapp. Hm. Ach so, die sind miteinander verbunden, aber die nicht. Ah, guck mal, jetzt kommen wir auch da durch. Sehr schön. Zack. So, die nächste, nur noch drei. Nur noch was gut, wenn ich das hier unten schon sehe. Da wird mir schon wieder übel. Übel, übel. So, einmal da runter. Und jetzt einmal mal hier... Bisschen stoppen. Hm. Oh. Okay. Ach nee, ne. Ich muss also erst wieder... Okay, das reicht ja auch. Hahaha, aufpassen. So, jetzt schicken wir das mal nach da unten. Zack. Hm. Wo kommen wir denn da hin? Da, da, da? Ohhhh... Wohhhh... Warum rollt das nicht so ein bisschen von alleine, ey? Hm... Shit... ...ist das wieder weg... ...watt'n fiese Lache, ey! Aha... Ich hab nur mal irgendwas geguckt. So, lass uns mal wieder runterdüsen. Zack. Oh, Mist. Das war nix. Zack. Zack. Ah, guck mal. Zack. Okay. Ah, okay. Mal abwarten, gucken, wo der so hindüst. Alles klar. Hui. Ich fahr wieder mit. Ich fahr lieber noch ne Runde. Aufpassen. So. Und jetzt aber. Wusch. Ja, ich warte nicht umsonst. So, wieder da drauf, in die Mitte. Und jetzt gucken wir mal. Nein! Oh, alter Schwede. Das war knapp. Okay, wir müssen den deaktivieren. Das geht nicht, solange ich's drin draufstehe. Boah, der hat mich ja fast zerrissen. Juhu. Geschafft. So, Freunde. Ich würde sagen, das reicht für heute. Knappe 13 Minuten. Oh ja, wenn ich das hier sehe. Und die Musik wird bedrohlicher. Machen wir beim nächsten Mal, ne? Schönen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.